Hallo, heute zeige ich euch, wie man Kupfer-Ionen nachweisen kann. Für diesen Nachweis habe ich etwas Kupfersulfat in Wasser gelöst und gebe ein wenig Ammonium-Thiozianat-Lösung dazu. Wir sehen, zunächst wird die anfangs bläuliche Lösung grün. Erhöht man die Konzentration der Thiozianat und der Kupfer-Ionen, so färbt sich die Lösung schwarz. Gibt man nun zu diesem schwarzen Niederschlag eine sulfithaltige Lösung hinzu, so entsteht ein weißer Niederschlag.